Komm mit. Ich zeig dir, wo ich hingehe, wenn ich allein sein will. This world's coming to an end. Wie, wie hast du... Luft ist meine Besonderheit. Wenn ich dir den Rest zeige, musst du versprechen, dass du nicht wegläufst. Jake, genau zur rechten Zeit. Miss Peregrine, ich bin höchst erfreut. Er ist unsichtbar. Natürlich. Im normalen Sprachgebrauch würde man uns als besonders bezeichnen. Claire, warum isst du nichts? Es ist dir peinlich, Frau Jake. Das muss es nicht. Unsere Fähigkeiten passen nicht in die Welt da draußen. Deshalb leben wir hier. Wo uns niemand finden kann. Jake, komm mit spielen! Als du geboren wurdest, wusste ich, du gehörst zu uns. Es wird Zeit, dass du lernst, wozu du fähig bist. Aber ich bin ganz normal. Nein, bist du nicht. Du kannst uns beschützen. Versprich mir eins. Pass auf sie auf, Jake. Ich versprechs.